Die jordanischen Freunde sind kräftig zugange. Die Royal Jordanian Falcons holen ihr Arbeitsgerät aus der Halle. Freuen Sie sich auf absolut perfekten Haufen. So, am nächsten Stück. Und im Moment, wir werden die Fahrer. So, jetzt mache ich mal die Fahrer. Beziehungsweise der erste Fahrer. Shift-Off-Power. Extrem kurzstartfähig dieses Flugzeug. 250 Meter Rollstrecke. Genügend. Jetzt den Bogeneffekt hart aufhören. Und dann Start direkt ins Display. Alarm Base. Ja. Und jetzt schauen Sie mal die Wendigkeit von diesem Flugzeug an. Die Spannweide beträgt etwas über 12 Meter. Die Länge knapp 13 Meter und 4,80 Meter. Das Flugzeug fang im Jahr 1965 statt. Und diese Bronco ist eine von insgesamt 380 gebauten. Kommt aus dem Jahr 1969. Ja, recht eigenwillig diese Konstruktion mit dem Doppelleitwerksträger. Und es wird auch Inverted. So, Triebwerke maximale Leistung. Zum schnellen Vorbeifahren. Jetzt. Und weil es Spaß macht, bleiben wir auf einem Querruder drin. Dann dreht sie sich einmal um die Länge, sagt sie. Und jetzt. North American OV-10 Bronco. Alarm Base. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Bis bis zum Pferd. Und wir brauchen Sie dann. Das ist der Zugang. Das ist Russa, diese französische Konstruktion aus den frühen 50er Jahren, als Verbitterungs-Transportflugzeug in der Kategorie bis 456.